Herzlich Willkommen zurück, äh, bei Minecraft. Alter... Wir sind hier immer noch im NDR gefangen. Äh, Robin wurde gerade angerufen. Und ich hab grad mega Kacke gebaut, aber die größte Kacke, die wir am NDR ankern hier grad. Wo geht's denn hier lang? Ich bin den Fackeln gefolgt und dann ist das Ende hier der Weg. Wollte ich mich verarschen? Ach, da unten geht's weiter. Nein, ich muss immer den Fackeln folgen. Ich hab mich jetzt grad selber in den Arsch gefickt, oder so gesehen. Alter, wo geht's nochmal lang? Junge, jetzt bin ich den Fackeln gefolgt, jetzt bin ich wieder an unserer Hütte. Was ist das für ein Scheiße? Alter, ich weiß den Weg zurück auch nicht mehr. Junge, wenn ich jetzt in der Hütte bin, ne? Mhm. Aus der Doppeltür raus, also aus der, wo wir den Weg gebaut haben, nicht wo der Baum steht. Oder wo der Baum steht. Nein, nein. Aus der Eisentür raus, da wo wir den Granitweg gebaut haben. Ja. So, dann geradeaus. Mhm. Also da ist ja so ein kleiner Tunnel dann, ne? Ja. Und dann rechts hoch. Rechts hoch, alles klar. Junge, wie viele? Alter, ich brauch deine Hilfe hier. Ich komm nicht mehr zurück. Wo geht's hier lang? Sag Koordinaten, sag Koordinaten. Ähm. So, jetzt bin ich hier. Auf einmal hören die Fackeln auf und dann muss ich irgendwo runter springen. 0 minus 436. Warte, ich komm zu 0. Äh, ne. Äh, Fackeln haben wir meistens mit mega großem Abstand gesetzt. Also die hier sind, die kann ich noch töten. Da lang. Das ist nicht das Problem, nur Junge. Alter. Alter. Alter, und ich hab sechs Lohnrouten. Alter. Und ich hör hier bei mir die ganze Zeit, äh, Loren und, äh, Gacy. Junge, bei mir ist hier ne ganze Armee von den Pigmans, Alter. Ich hab gleich keinen Wert mehr. Fuck. Da greift Zombie-Pigman an, ey. Ja, Junge, aus Versehen, Alter. Denkst du, ich hab das extra gemacht? Oh, hier liegen noch Steine von euch. Hier liegen noch Steine von euch. Hier liegen noch Steine rum, das ist cool. Oh, Wither-Skelett. Und Lore. Sag, wo geht's nochmal lang, Mann? Alter, Wither-Skelette. Ey, was heißt das? Bin ich jetzt vergiftet? Können die mich... Ja, die können... Aber das ist nicht so schlimm. Meine Rüstung kriegt Schaden, irgendwie. Wow. Hab ich mich jetzt erschrocken, ey. Ey, Jungs, hab keine Ahnung, wo ich bin. Die sind überall Fackeln. Junge, halt's Maul. Ich hab ein Problem. Nicht. Du bist selber schuld. Ich nicht. Alter, ich bin fast gestorben. Ich hab noch ein Herz. Das Wither-Skelett hat mich voll vergiftet, irgendwie. Ja, das passiert. Ey, die droppen Kohle. Mhm. Ach du Scheiße, wie komm ich jetzt hier lang? Hilfe, Hilfe, Hilfe. Alter, ich hab nur noch drei Herzen. Komm, retz mal schneller hier, Alter. Alter, wenn wir jetzt bei dir abkratzen, ne? Oder bau dich einfach ein, bau dich ein. Ah, ich werd hier angeschossen, Alter. Junge, ich hau ab. Ich hau ab, ich schwör's dir. Junge, wie soll ich das überleben, Mann? Bin ich schon wieder einmal im Kreis gelaufen. Ah, hier. Ach. Hier bin ich, ja. Korrekt. Bin schon wieder einmal im Kreis gelaufen, hab keinen Bock drauf. Okay, ey. Wir müssen jetzt zurück. Ey, ihr sagt immer folgt ne Fackeln, die sind überall Fackeln, einfach nur. Warte, wir kommen dir entgegen. Äh, ja. Wo geht's jetzt lang, Alter? Ich hab keinen Bock drauf, hab keine Scheiß hier, ey. Hier kamen wir her, irgendwie, ne? Lauf den Fackeln, ja. Ich lauf den Fackeln, ja. Ich lauf den Rimm am Kreis gelaufen. Was soll die Scheiße? Ja, wir waren nicht die einzigen, die Fackeln gelegt haben. Folgt den Fackeln, Junge. Ach du Scheiße, ey. Ganze Näserausfall mit Fackeln, ey. Selbstmordkommando, ich schwör's dir. Ja, sag ich ja. Deswegen bin ich da oben nicht mehr hingegangen. Oh, ich geh nether mit 2D, das ist auch ganz nice. Ich kann das gar nicht überleben, Mann. Ich wüsste, wo es lang geht. Unfähig. Wo ist unsere Treppe, Mann? Da drüben, ey. Komm her, ich seh sie. Patrick, halt's Maul. Komm erst mal hier hin. Scheiße, das Wither Skelett. Verfolg mich. Ja, jetzt links. Ja, über die Brücke, die wir gebaut haben, ja. Ey, komm da, Zombie Pigments, achte mal bei mir bitte. Ich brauch ja deine Hilfe. Wo bist du? Was? Alter. Junge, hast du das gesehen? Ja, ja. Alter, Junge, Herzinfarkt. Alter, pass auf. Junge, hast du dich auch angegriffen? Hä, nein, hab ich nicht. Ja doch, anscheinend schon. Warum greift der mich jetzt an? Fuck. Ich hab dich nicht angegriffen. Ey, Junge, was soll das? Laber doch keinen. Junge, kannst du in der Aufnahme sehen? Ich hab keinen einzigen angegriffen. Ich schwör es dir. Junge, wie lange brauchen die, um sich abzuberuhigen? Um sich zu beruhigen? Alter, wenn wir gleich über den kleinen Weg laufen, ne? Und so einer boxt mich in die Lava. Ich schwör es dir, dann quitte ich. Ey, wie lange brauchen die sich... Alter, wie lange brauchen die, um sich hier zu beruhigen, Mann? Weiß ich nicht. Woah, ich hab... Ich hab... Ich hab... Über einen Minecraft-Tag. Achso... Ja, okay, das geht ja. Mein nicht, ich bin mir nicht sicher. Patty hat auch gesagt, wenn ich die in unserer Welt angreife, dann greifen die mich im Neta an. Hat auch nicht gestimmt, von daher. Okay, hier kommen wir her, dann hier lang? Ja, ja, das sind Fackeln. Wow, Alter. Guck mal, greift der mich da unten an? Ja, dann greifen dich alle. Ey Junge, wenn ich jetzt nah an der Lava laufe und so ein Vieh... Ach du Scheiße. Jo. Ab in die Schlacht! Warte, vielleicht greifen die uns nicht an. Lava doch keinen. Der greift nicht an. Was? Lava doch keinen. Hallo Süßer. Komm hier hoch, oder? Jo, sauber, okay. Jetzt holen wir eben die ganzen Sachen. Und dann fangen wir mit dem Weg, oder? Ja. Wir müssen auf jeden Fall den Weg zur Neta-Burg bauen. Ich glaub hier geht's lang. Äh... Hä? Das kommen wir eh nicht bekannt vor. Ne. Irgendwie nicht, ne? Alter Scheiße. Warte, ich nehme mir noch eben Glowstone mit hier. Naja... Da unten ist ein Ghast. Hallo. Hallo. Ich hab auf Fackeln gesetzt, ey normalerweise. Oh, Fackeln. Alter im Neta kann man sich so schnell verlaufen, das sieht alles einfach nur gleich aus. Ja. Alter das ist so kacke. Aber man hat doch irgendwas, ne? Ja. Am besten ist bei uns im Neta der Baum. Ah, hier unten sind wieder Fackeln. Ah, hier kamen wir her, ey. Wo bist du? Oder? Wo bist du? Ich glaub wir fackeln gerade nach. Ja warte, ich komme. Oh ne, ich bin wieder bei der Neta-Festung. Nein, im Ernst. Warte. Alter, was ist das? Jo, komm zu mir. Ja, hier waren wir schnell geblieben. Ah, da ist es okay. Ja, ich glaub wir... Oder müssen wir rechts hier lang? Guck mal von rechts. Hä? Hast du noch Fackeln? Ja. Ich hab keine mehr. Dann setz die mal auf den Weg, damit wir das hier sehen. Ne, hier kamen wir auch nicht lang. Aber wobei, ne, wenn du jetzt Fackeln sitzt, dann vermischen die sich hinterher mit unseren und dann wissen wir gar nicht mehr wo lang. Ja. Das wär richtig scheiße. Aber doch, kein Achtemann da... Oh, ja, ähm. Alter, wie groß ist diese Festung bitte? Bashen, komm. Ja, komm. Oh, warte, da hinten ist ne Kiste. Hast du die schon gelootet? Ne, die hab ich glaub ich noch nicht. Doch, ist nix drin. Alter, er hat hier alles auseinander genommen. Kann sich ja. Junge, drei Loren Spawner. Das gibt es doch nicht. Richtig übertrieben geil. Oh, ne, ich hör schon wieder so'n Gast, alter. Nein. Wo ist der große? Hier war doch noch ein großer. Hier war ein Wizzerskelett. Ja, das auch. Wow. Nein. Er will sich umbringen, alter. Sag nicht, wir sind wieder hier. Nein, nein. Wir sind wieder am Anfang. Das gibt es nicht. Komm wieder hoch. Ähm, soll ich... Warte, ich geh kurz pennen hier. Soll ich dann gleich in den Nether gehen und euch die Koordinaten sagen vom Portal? Ja, die hab ich. Das ist nicht das Problem. Ja, dann... Aber ich will ja... ...über den Weg zurückfinden. Guck mal. Oh, oh. Ich brenne, ich brenne, ich brenne. Nein. Und ich kann mich nicht ritzen. Nein. Kannst dich nicht ritzen? Was? Rehabilitieren. Fuck, ich brenne, ich brenne, ich brenne, ich brenne. Ja, ich auch. Rehabilitieren. Yo. Er wird intellektuell. Intellektuell. Yo. Er wird intellektuell. Yo. Rehabilitieren. Yo. Intellektuell. Das kann ich nicht mehr aussprechen. Rehabilitieren. Ey, sag mal die Koordinaten vom Dings. Dann lass sie jetzt laufen. Ja, ich hab sie doch. Komm mit. Weißt du, will ich jetzt. Ja, wo bist du? Bin wieder zurück. Äh, wo war am Anfang? Oh, erstmal meinen Nikolaus weiter naschen. Äh. Ich komm wieder hoch, warte. So, ich bin jetzt hier oben wieder. Wo wir gerade waren, wo ich runtergesprungen bin. Ja, komm wieder zurück. Wie? Den ganzen Weg zurück? Mhm. Ja. Ja, zurück. Hä? Ja. Ah, da oben. Ah, ok. Ja. Ah, da oben. Ah, ok. Uh. Ah, da oben. Ölgeräusche. Junge, wie kurz hält denn bitte nur so'n scheiß Brot an, wenn man das isst? Ja, das ist das. Brot bringt zwar am Anfang viel, aber dann, äh... Junge, du rennst drei Meter schon und hast wieder Hunger. Also, ich hab immer Schinken dabei. Schinken? Bleh. Bleh. Das ist das Geschenk für das Wichteln. Schinken. Bleh. Ja. Ja. Wer das nicht kennt, muss uns alle unsere Folgen angucken. Abonniert jetzt, soo, Mois. Alter, wo geht es lang? Ich hab keine Ahnung, Mann. Wir sind gefangen. Abonnieren, favorisieren, Daumen hoch. Alter. Soll ich mir die Koordinaten sagen? Ja, Mois. Ah doch, hier sind wir doch richtig, oder? Ah doch, ja. Ja, ja, ja. Hier sind wir richtig. Glaube ich. Nee. Nee, hier war ich noch nie. Noch nicht. Alter. Ja, warte, nach folgendem. Okay, warte ich. Ich schlag eben in meinem Minecraft-Book nach. Nein. Du hast ja nicht ein Buch von Minecraft angelegt. Nein. Ich hab hier auf so'n Zettel alle Koordinaten stehen. Ja, ja. Ähm. Hölle-Portal. Minus 45. Jo. Alles klar. Minus 45. Lass uns erstmal auf minus 45 kommen. Schön, dass wir bei plus 70 sind. Das geht ja noch. Ja. Und was ist Zett? 105. Das ist bei minus 183, Alter. Jo. So weit ist es gar nicht weg. Naja, geht. Wo bist du? Da hinten. Ich lauf dir mal nach. There are seven bridges to be crossed. Alter. Boah, ich hör schon wieder so'n Scheiß. Ich hoffe auch, dass ich die Koordinaten vom Nether aufgeschrieben hab und nicht von unserer richtigen Welt. Das Portal, das wär'n bisschen blöd. Junge. Aber ne, das passt doch ungefähr, oder? Und tschüss. Hä? Wo bist du? Wir müssen hier lang. Robin, ich hab mal geguckt, deine ganze Netherwarzenfarm ist voll, ne? Mit Netherwarzen. Ja, wenn du willst, kannst du ernten, ne? Aber fahr'n's wieder neu. Ach. Brau' ich nicht. So, und jetzt müssen wir hier lang. Komplett geradeaus jetzt hier lang. Äh, ja. Machst du das? Was? Schau rein. Jo. Und nicht, dass wir auf einmal wieder überrascht werden hier, ey. Äh. Von so scheiß Lava, oder was? Ich hasse das, sich im Nether einfach gerade auszugraben. Jo. Wenn man vom Teufel spricht. Alter. Leck mich am Arsch, ey. Ich hasse es. Ich hasse es einfach nur. Ich mach jetzt nur noch Zweierweg. Bo, ich hab' nur Fichteman Meter eingesetzt, ne? Dich, Junge. Bo, ich hab' doch viele Fichteman Meter eingesetzt, ne? Junge! Was war da? Ich baue mich gerade aus und auf einmal läuft uns Lava entgegen. Erstmal von meiner E-Smoke 10 hier. Wo hab ich ihn erzogen? Genau so. Hört wieder Husten ohne Ende. Hört man das? Ja man. Ja! Das ist ein Geräusch. Er hustet immer davon, ey. Soll ich mal hier ein Stück nach rechts? Mhm. Oh sorry. Und jetzt hier geradeaus weiter? Meinst du das passt schon? Ja das geht. Ja. Wie weit denn noch alter? Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Die Pakaste wollen wieder aus. Oh hier gehts runter. Warte mal, welche Höhe ist das brutal eigentlich? Nein. 83. Ja, 83 ist das Portal. Jo. Also. Da müssen wir nur ein Stückchen höher. Also ähm. Ich wollte mir das mal hier angucken. Ähm. Robin, das Portal ist minus 48. Set 101. Mhm. Ja. Ja. War so ein Stück höher sagste. Ja auf jeden Fall. Doppelt so hoch müssen wir. Jo. Jetzt wirds hier schlecht oder? Alter Vater. Scheiße verloren. Das ist genau auf anderen Seite. Minecraft Tag 109. 9109. Scheiße Junge. Ey warte lass uns hoch bauen. Unter dem Portal ist nix. Denk dran. Nein. Oh nein Junge. Wir müssen auch so rum irgendwie. Alter. Wo seid ihr denn jetzt gerade? Alter Junge. Schock mich nicht so Alter. Wer ist jetzt hier verreckt? Ich schwör ich wäre ja nicht mehr in Leben draußen gekommen. Wo seid ihr denn jetzt gerade? Bauen uns einfach mal hoch. Bauen uns einfach mal hoch man. Warte. Wir sind minus 45 minus 32. Ja aber wir gucken gerade aus und sehen einfach nur einen riesigen Lavasee. Ach ihr seid genau gegenüber. Ja ja eben. Hast du genug um Bliech rüber zu bauen? Ja auf jeden Fall. Junge sollen wir das machen? Ja mach mal. Junge das wäre eigentlich perfekt man. Alter stell mal vor. Wir gehen einfach nur durch unser Glas so geradeaus. Alter. Wie viele hast du denn? Wie viele Steaks? Ähm. Oha. Ganze Inventory voll. Jo gib mal ein paar ab. Dann baue ich. Dann bauen wir zwei rein direkt. Junge und dann Minecraft Strecke drüber bauen. Ja man. Junge. Junge noch besser. Ja man das wäre Ultimate. Lass uns einfach zwei breit machen und einfach Minecraft drüber. Alter ich hab aber Schiss mich jetzt darüber zu bauen ey. Ich hab meine ganzen verzauberten Diasachen dabei. Ist in der Buchse? Und jetzt überleg mal. Wir sind gerade in der Mitte. Auf einmal so ein Garst. Warte komm hierher. Also über dem See ist meistens ein Garst ne? Ja. Ich weiß. Egal. No risk no fun ne? So mal am Boden her bauen. Ah Yoga. Los geht. Ich will nicht am Boden bauen alter. Oh yeah. Oh yeah. Alter du hastleger. Mein kleiner Finger. Bitte genau auf 540. Ähm. Ungefähr. Alter Junge ich hab so Schiss ey. Fängt dann. Da kommt ne Lava Säule runter ne im See. Ja. Ja die sehen wir. So ne dickere ne. Jaja. Junge wenn. Laber doch nicht. Das ist doch jetzt nicht genau gegenüber oder? Doch. Pff das ist genau gegenüber. Das ist der große Lavasee. Alter. Junge Lava. Alter Junge Schifftaste ey. Ich lass los ne. Kleb die fest. Alter wenn jetzt hier ein Ghast kommt und schießt uns beide in die Lava hier unten rein ne. Ich heule. Nein der kann uns ja eigentlich nicht treffen wenn wir weiter bauen. Sein Weg ist zu lang. Ah ich seh euch. Ich seh euch da unten. Nein. Ich seh euch. Ist das ok so? Ja. Ihr kommt genau. Nicht in den Lavasee. Ihr kommt genau da runter her. Unter das Portal. Laber doch kein. Junge das wäre so eine perfekte Stricke. Ja man. Fährst mit Minecraft direkt zur Burg hin. Junge ich seh euch da unten. Kommen wir noch lange? Junge wir. Alter wir haben komplett außenrum gebaut.